Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Die heutige Stellung der Planeten gibt Ihnen die Chance, Ihre Meinung über emotionale Realitäten zu erfahren, die nicht immer an die Oberfläche kommen. Sie können nicht immer wissen, was Sie fühlen, wenn Sie sich nicht die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, und wir beide wissen, dass Sie oft zu viel unterwegs sind oder zu sehr in die Probleme anderer verwickelt sind, um sich selbst genau zu betrachten. Versuchen Sie, in Ihrer Freizeit mindestens zweimal pro Woche einen Yogakurs zu besuchen oder einen entspannenden Spaziergang zu machen. Karriere Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um gutes Karma für sich selbst zu sammeln. Bauen Sie Ihr kosmisches Bankkonto auf. Kurz gesagt, tun Sie etwas Nettes für jemand anderen. Bieten Sie jemandem eine kostenlose Dienstleistung an. Dann werden Sie in der Zukunft große Belohnungen kassieren. Geben Sie und Sie werden empfangen. Liebe Heute werden Sie ein Treffen von Herz und Verstand erleben. Wenn Sie sich in einen inneren Kampf verwickelt haben, bei dem es darum ging, ob Sie auf die Gründe hören sollten, warum Sie diese Beziehung nicht eingehen sollten, oder auf Ihre Gefühle, warum Sie es tun sollten, dann müssen Sie vielleicht Ihre Sichtweise ändern. Wenn Sie auf Ihr Bauchgefühl hören, werden Sie nichts falsch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald!